Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie der Perser Folge 12. Letzte Folge haben wir uns mit dem beschwerlichen Weg Chosraus II. zur Macht beschäftigt. Heute schauen wir uns den Ausbruch des letzten großen Krieges der Antike an. Das hat er ja schon angekündigt. Und mit diesem Krieg und seinen Folgen werden wir auch die nächsten beiden Folgen noch beschäftigt sein. Werfen wir aber zuerst einen Blick auf das Römische Reich. Dort herrschte seit dem Jahr 582 Kaiser Maurikios. Er war es, der Chosraus II. zu seinem Thron vorhelfen hat. Und er war auch ansonsten militärisch sehr aktiv. Er war in Italien engagiert, wo er sich dann daran gemacht hat, so gut es ging, mit seinen bescheidenen Mitteln die Langobarden zurückzudrängen. Und auch auf dem Balkan war er aktiv, wo er in regelmäßigen Kampagnen gegen die dort eingefallenen Abaren vorgegangen ist. Die Abaren waren ein nomadisches Volk, das wie so viele vor ihnen nach Westen gezogen ist. Auf diesem Wege hat es dann die slawischen Völkerschaften unterworfen, die sich im 6. Jahrhundert auf dem Balkan angesiedelt hatten. Das muss man sich in etwa ein bisschen so vorstellen wie bei den Hunnen damals. Die waren ja auch nach Westen gezogen und haben dabei ja die verschiedenen gotischen Gruppierungen unterworfen und sie dann zum militärischen Beistand gezwungen. Die militärischen Aktivitäten des Maurikios hatten die römischen Ressourcen jedoch stark strapaziert. Die Soldaten waren mit der Zeit müde durch die vielen Kriegszüge und die langfristigen Erfolge jeder Kampagne waren sehr bescheiden und schließlich kam es dann noch zu einer Nahrungsmittelknappheit. Und das hat dann die Unzufriedenheit beim Volk verstärkt. Die Lage war also angespannt. Gegen schlechte Ernten? Genau. Also allgemein zu der Zeit haben sich auch die klimatischen Bedingungen verschlechtert. Die römischen Truppen kamen jetzt von einer Kampagne vom Balkan zurück, als sie den Befehl vom Kaiser erhalten haben, nördlich der Donau zu überwintern, um die Gegend zu schützen. Das war relativ ungewöhnlich, denn normalerweise ließ man die Truppen im Reich überwintern, wo man sie auch besser versorgen konnte. Und auch die klimatischen Bedingungen waren natürlich besser als in der Donauregion. Maurykios bestand aber jetzt darauf, die Truppen im Norden zu belassen, weil die Slaven und Avaren eine ständige Bedrohung darstellten und er die Gebiete auch im Winter schützen wollte. Das führte jedoch zu einer Morderei unter der Führung eines gewissen Fokas. Der ist dann nach Konstantinopel marschiert und die Verhandlungen zwischen Maurykios und Fokas sind gescheitert und es gelang, den Rebellen mit Falschinformationen einen Aufstand in der Hauptstadt zu bewirken. Maurykios hat dann gesehen, dass er die Stadt so nicht halten konnte und ist deshalb mit seiner Familie aus Konstantinopel geflohen. Fokas konnte indessen ohne Widerstand die Stadt betreten und erhielt jetzt die Unterstützung von zahlreichen Kräften in der Hauptstadt. Maurykios hat dann seinen Sohn Theodosius an den Hof Chosraus II. geschickt, damit dieser ihn auf seinen Thron zurückhilft. Also er sollte sich praktisch revanchieren. Ja, wir wollen noch irgendwie von entschuldigen. Genau. Und Maurykios selbst aber und seine Familie wurden von den Leuten des Fokas gefangen genommen und alle hingerichtet. Und bei dieser Gelegenheit machte Fokas dann auch kurzen Prozessen mit zahlreichen Generälen und anderen Vertretern der alten Ordnung. Also Fokas war dann der neue Käse. Genau. Und das war sehr außergewöhnlich, weil es im Prinzip seit Diokletian der erste Usurpator war, der es geschafft hat. Naja, also es gab zwar unglaublich viele Usurpationen, aber zumindest im Ostreich waren die alle immer erfolglos. Also kann man sagen, Maurykios hat einfach zu aufmürbende Kriege geführt und das recht zu sehr erschöpft damit. Genau. Und derweil hat man dann in Persien von den Ereignissen erfahren und natürlich war man nicht abgeneigt, in einer solchen Situation zu helfen. Wie selbstlos. Genau. Denn Chosor II. musste ja damals den Römern unter Maurykios wichtige Gebiete von großer strategischer Bedeutung überlassen. Also in Armenien zum Beispiel oder in der Kaukasusregion und Nordmesebrotamien. Und welch bessere Gelegenheit gab es jetzt, sich diese Gebiete wieder zurückzuholen? Es gab also ein politisches und militärisches strategisches Interesse, sich jetzt in die inneren Verhältnisse der Römer einzumischen. Und hinzu kam, dass man sich bei einem Krieg als gerechter Rächer des Maurykios inszenieren konnte. Und weil dessen Sohn Theodosius in Ktesiphon war, konnte man diesen als rechtmäßigen Käser präsentieren, dem man ja jetzt auf dem Thron verhilft. Genauso wie einst Maurykios Chosor II. geholfen hatte. Foukas wiederum konnte sich zwar weitestgehend durchsetzen, aber ein gewisser Narse, das war ein General des Maurykios, der die Truppen des Ostens befähigte, hat Foukas die Gefolgschaft verweigert. Er zog jetzt aus Antiochia aus, wo er stationiert war, und verschanzte sich in Edessa. Er fliegt in Syrien, aber eher im Osten. Und die Stadt war stark befestigt und lag in der ohnehin stark militarisierten Zone nahe der persischen Grenze. Von dort rief er dann Chosor II. um Hilfe und lud ihn ein, in das Reich zu marschieren, um dort die rechte Ordnung wiederherzustellen. Und das war jetzt für Chosor II. natürlich perfekt. Denn dadurch, dass Narse in Edessa war, konnte Foukas nicht die römischen Truppen in der Region mobilisieren, weil ja Narse dazwischen lag. Das heißt, damit hat sich die strategische Ausgangslage für einen persischen Angriff noch weiter verbessert. Hinzu kam, dass man jetzt mit der Einladung des Narse auch eine rechtliche Grundlage für einen Angriff hatte. Denn man wurde ja eingeladen. Und Foukas hat jetzt natürlich ein Heer losgeschickt gegen Narse, das ihn dann auch in Edessa belagert hat. Und an Chosor II. hat er einen Gesandten geschickt, um seinen eigenen Machtantritt anzuzeigen. Der Gesandte wurde jedoch festgesetzt, was gegen alle diplomatischen Geflogenheiten verstoßen hat. Und man erklärte, dass man Foukas nicht als rechtmäßigen Kaiser anerkannte. Und Chosor II. zog so dann erfolgreich in Edessa ein. Und in Edessa wurde dann Theodosius feierlich zum Kaiser gekrönt. Und diese Krönung ließ nichts zu wünschen übrig. Denn bei den Römern hatte es die Krönung des Theodosius, den Rückhalt des Foukas in den ganzen Provinzen sowie auch die Truppenmoral insgesamt untergraben. Infolgedessen konnten die Perser militärische Erfolge in Armenien und Mesopotamien feiern. Die wichtige Grenzstadt Dara wurde erobert und ebenso das römische Armenien. Die Perser konnten jetzt langsam, aber sicher immer mehr Landgewinne machen. Und dabei marschierte eine nördliche Armee über Armenien und eine südliche durch Mesopotamien. Nach anfänglichen Erfolgen der Perser kam aber die Offensive zu einem Halt. Denn Foukas konnte jetzt einen Frieden mit den Langobarden in Italien und den Erwaren auf dem Balkan aushandeln. Dadurch konnte er römische Truppen abziehen und nach Osten verlegen. Und auch das römische Verteidigungssystem war auch noch weitgehend intakt. Und zwar hatten die Perser insgesamt zum Schlachtfeld eine zahlenmäßige Überlegenheit, doch war klar, dass sie nur unter großen Kraftanstrengungen einen dauerhaften Durchbruch erzielen konnten. Das heißt, ein Abnutzungskrieg bahnte sich jetzt an. Umso mehr war man gespannt auf die weiteren Entwicklungen im römischen Reich. Denn dort kam es jetzt erneut zu einer Rebellion. Also zu einer weiteren. Dieses Mal gegen Foukas. Wenn du sagst, die Krönung hat praktisch den Rückhalt der Bevölkerung oder die Position von Foukas an der Grenze untergraben, liegt das daran, dass es doch eine gewisse Idee von der göttlichen Herkunft oder der göttlichen Gewolltheit der Herrschaft des Kaisers gegeben hat? Ich glaube, dass da wahrscheinlich eher dynastisches Denken eine Rolle gespielt hat, weil der Theodosius, der Sohn, oder? Ja, genau. Die Dynastie ist praktisch von Gott eingesetzt, um über das Recht zu herrschen. Ja. Also es gab ein starkes dynastisches Denken. Ich bin nicht sicher, wie stark das aber jetzt göttlich verknüpft war. Also es gab schon bei vorherigen Kaisern, bei Justinian sehr stark, schon die Tendenz, sich selbst göttlich zu überhöhen und auch als von Gott eingesetzt darzustellen. Es ist die Frage, wie stark das jetzt in der Bevölkerung funktioniert hat. Aber trotzdem gab es schon lange zumindest ein dynastisches Denken. Und natürlich ist es immer problematisch, wenn jemand mit Gewalt die Macht an sich reißt. Also es hat ja immer was Illegitimes. In Konstantinopel hat sich jetzt also die Lage angespannt und es gab mehrere Attentatsversuche auf Foucares. Foucares wiederum ging jetzt rigoros gegen seine politischen Gegner vor und auch die Familie des Theodosius wurde hingerichtet und die Lage hat sich weiter zugespitzt. Und in dieser Situation kam es dann eben zu einer weiteren Rebellion, denn in Nordafrika, also in Katargo, erhob sich jetzt ein gewisser Herakleios. Er zog jetzt mit einer Flotte nach Konstantinopel, während sein Bruder sich auf dem Landweg aufmachte, um das Reich von der Herrschaft des bösen Foucares zu befreien. Und der Unmut über Foucares war so groß, dass Herakleios ohne Widerstand in die Hauptstadt einziehen konnte. Foucares wurde festgenommen und auf ein Boot verbracht und damit fuhr man dann zu Herakleios, der auf ihn gewartet hatte. Foucares wurde dann in die Knie gezwungen und dann noch auf dem Boot hingerichtet. Sein Kopf und sein abgetrennter Arm wurden dabei auf einer Parade dem römischen Volk präsentiert und Herakleios wurde jetzt neuer Kaiser. Ja, aber ich dachte, Herakleios ist ein Unterstützer des Theodosius. Achso, nee, er war unabhängig. Also er hat jetzt für sich selbst die Macht beansprucht. Achso, okay. Na gut, aber jetzt ist der Tyrann beseitigt und Marikius ist gerecht. Und jetzt hat doch die Pärs ja keinen Grund mehr, weiterzukämpfen, oder? Richtig. Super. Aber nein, natürlich haben sie trotzdem weitergekämpft. Ja, weil doch der Theodosius noch da ist, oder? Genau. Und man muss ja auch sagen, die Perser hatten eine wohlüberlegte Strategie und waren ja auch erfolgreich. Sie haben ja immer mehr Landgewinne gemacht und waren jetzt gerade kurz davor, Syrien zu erobern. Und wenn man gerade einen Lauf hat, dann hört man doch nicht damit auf. Was taten nun die Perser während der Ereignisse in der römischen Hauptstadt? Na, denn die Usurpation des Herakleios war im Jahr 610. Das hat doch ein paar Jahre gedauert. Und in dieser Zeit haben dann die Perser eben Apamea und Emesa in Syrien erobert und konnten dann auch bis nach Antiochia vorstoßen. Ja, und die Perser hatten den Zeitpunkt für ihren Angriff auch bewusst gewählt. Denn der Zug des Herakleios nach Konstantinopel ist ihnen natürlich nicht entgangen. Und es war klar, dass die Lage in Konstantinopel die Aufmerksamkeit des Kaisers absorbieren würde. Und jetzt war es ihnen also gelungen, Syrien zu erobern. Und daraus ergab sich auch ein großer strategischer Vorteil. Denn erstens hatten sie jetzt das römische Reich in zwei Teile gespalten. In einen nördlichen Teil mit Granasien und Europa und die südliche Hälfte mit Palästina und Ägypten. Und zweitens waren sie jetzt ideal platziert, um jetzt die Levante, also die östliche Mittelmeerküste zu erobern oder auch nach Kappadokien, also in Zentralen Anatolien vorzustoßen. In Konstantinopel hatte sich jetzt also Heraklios durchgesetzt. Aber das hieß nicht, dass jetzt alle Generäle ihm jetzt sofort gefolgt waren. In Westarmenien war nämlich der Bruder des Fokars stationiert, wahrscheinlich als Magister Militum per Armenie, also der oberste Herführer der Region. Und der hat jetzt den Thron für sich beansprucht. Denn er war ja der Bruder des Kaisers. Er saß in Ankara und hat sich jetzt auf den Weg nach Konstantinopel gemacht, wurde aber auf dem Weg von einem seiner Untergebenen erbordet. Nicht besonders erfolgreich. Genau. Aber hier sieht man, wie jetzt der erneute Usurpationsversuch, also vom Fokarsbruder, nach der Usurpation des Heraklios die römische Verteidigung natürlich stark geschwächt hat. Ja, denn dadurch, dass der Bruder eben nach Westen gezogen ist, hat er natürlich die römische Grenze in Armenien entblößt. Ist es vor allem eigentlich egal, wo es mit dem Reich selbst passiert, oder? Es ging ihm nur um seinen Erfolg. Genau, also war eigentlich bei Heraklios auch schon so, nicht wahr? Und hier sieht man, wie eben die Machtgier einzelner Leute das gesamte Reich gefährden kann. Und der Witz ist, dass zwar Fokars, also der böse Usurpator, in den Quellen natürlich und auch in der Geschichtsschreibung sehr schlecht wegkommt, Heraklios aber sehr positiv, obwohl sie beide auf die gleiche Art und Weise die Macht bekommen haben, ja, nämlich mit Gewalt. Aber der große Unterschied war natürlich, dass Heraklios sich durchgesetzt hat und dann 30 Jahre Zeit hatte, um Fokars so tyrannisch wie möglich darzustellen, um seine eigene Herrschaft zu legitimieren. Ich war sofort gegen Fokars. Er hat den legitimen Kaiser, den Marikius, ermorden lassen und dann kommt mir Heraklios nur, wie es ein Dieb war, der von einem anderen Dieb stiehlt. Genau. Aber zurück zur Handlung. Heraklios war natürlich jetzt nach einem schnellen Friedensschluss gelegen. Denn nur dann konnte er seine Herrschaft auch konsolidieren und die Dinge im Reich auch ordnen. Und man musste natürlich auch fürchten, dass die Langebaden und Erwaren in Italien und auf dem Balkan jetzt auch nicht ewig stillhalten würden. Heraklios hat also eine Gesandtschaft zum persischen Hof geschickt mit vielen Geschenken. Und dabei hat der Chosrau seine eigene Kaiserkrönung angezeigt und um Frieden gebeten. Chosrau erkannte Heraklios aber nicht als Kaiser an. Stattdessen hat er immer noch Theodosius als rechtmäßigen Kaiser anerkannt. Denn den gab es ja auch noch. Und der war immerhin der Sohn des letzten legitimen Kaisers Maurykios. Und was noch wichtiger war, er wurde ja auch von Chosrau gekrönt. Chosrau hat also Heraklios den Thron abgesprochen, weil dieser den persischen König nicht vorher um Erlaubnis gefragt hat, den römischen Thron zu besetzen. Aber damit hat er im Prinzip ja Rom wie einen Vasallenstaat behandelt der seinen Herrscher von den Persern erhält. Und die Geschenke hat er natürlich trotzdem angenommen, aber jetzt nicht als Geschenke, sondern als Gegenstände, auf die er als persischer König ohnehin ein Anrecht hatte. Und die Gesandtschaft hat er hingerichtet. Ist ein was für ein Fiesling. Total. Vielen doch für die Geschenke. Und jetzt zum Golden. Und damit hat er natürlich gegen alle diplomatischen Gepflogenheiten verstoßen. Ja, warum hat er das eigentlich gemacht? Damit kann man sich ja noch unnötig in Schwierigkeiten bringen. Wahrscheinlich hat er sich durch die sehr instabile Lage im römischen Reich bestärkt gefühlt. Denn die Usurpation des Saraclios hatte ja schon einen Teil der Aufmerksamkeit der Hauptstadt absorbiert. Dann kam es dann noch zu einer zweiten Usurpation durch den Bruder von Phocas. Das hat er wiederum die römischen Grenzen entblößt. Und es war jetzt nicht abzusehen, ob die Dynamik nicht vielleicht so weiter geht und es vielleicht zu weiteren Usurpationen kommen würde. Das wäre natürlich super gewesen. Denn die Sache ist ja die, wenn jemand mit Gewalt die Macht an sich reißt, untergräbt er eigentlich gleichzeitig seine eigene Legitimität, denn er zeigt ja damit indirekt, dass es in Ordnung ist, mit Gewalt die Macht an sich zu reißen. Und damit lädt man natürlich noch mehr Autopatoren an. Ja, er hat sich seiner Lage sehr sicher gefühlt. Aber was können jetzt die Gesanden dafür? Ja, das stimmt. In der Zukunft diplomatische Bezügen führen. Das braucht man einfach nicht mehr. Na gut, na gut. In dieser Situation kam es dann zum überraschenden Vorstoß der Perser. Ein persisches Heer unter der Führung des Generals Schahen ist nach Kappadokien gezogen und hat dort die Stadt Caesarea erobert. Die liegt in Zentralanatolien. Und an sich wäre diese Stadt zwar eigentlich befestigt gewesen, aber der Angriff kam für sie unvorbereitet, sodass die Perser sie schnell erobern konnten. Die Römer hätten nämlich eigentlich erwartet, dass die Perser zuerst das nächstgelegene Gebiet angreifen würden, um dann Schritt für Schritt die Grenze zu verschieben. Aber stattdessen kamen die Perser von Syrien her und haben die Grenzprovinz links liegen gelassen, um dann direkt ins Zentrum Anatoliens fortzustoßen. Und jetzt konnte sich Schahen in Caesarea festsetzen und von hier aus die Umgebung plündern. Die Stadt wurde daraufhin von Römer blockiert. Nach einigen Monaten haben die Perser die Stadt angezündet und brachen aus der Blockade aus und konnten nach Armenien abziehen. Die Römer haben die Stadt zurückerobert und ein weiteres Herr konnte den Persern in Syrien eine Niederlage beibringen. Für die Perser war die Gesamtepisode aber trotzdem ein Erfolg. Denn man konnte mit der Einnahme Caesareas die römischen Kräfte so weit binden, dass die Perser sich jetzt in Armenien konsolidieren konnten. Denn die hatten ja schon das römische Armenien erobert und jetzt konnten sie durch den Entlastungsangriff sozusagen in Caesarea die Römer blockieren, sodass sie sich jetzt wieder in Armenien organisieren konnten. Es ist soweit, dass die Perser stark überlegen. Genau. Und Kaiser Heraklios hat jetzt den verantwortlichen General von Caesarea abgesetzt und jetzt selbst den direkten Oberbefehl über das Heer angenommen. Also das war der General der vom Angriff überrascht worden ist und die befestigte Stadt verloren hat. Genau. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Und dadurch, dass Heraklios jetzt den Oberbefehl übernommen hat, war er der erste Kaiser seit Theodosius den Ersten, der sich selbst an die Spitze des Heeres setzte. Und um einen Eindruck zu bekommen, wie außergewöhnlich das war, Theodosius der Erste starb im Jahr 395, also vor gut 200 Jahren. Die Römer schickten also jetzt im Jahr 613 ein Heer gegen einen anderen persischen General, nämlich Scharbaras. Der befand sich nämlich in Syrien. Es kam zu einer Schlacht, die für beide Seiten verlustreich war. Die Perser konnten aber durch eintreffende Verstärkung den Sieg davon tragen. Und damit hatten die Perser ihre günstige strategische Lage behaupten können. Denn wie gesagt, von ihr aus konnte man einfach entweder nach Cappadokien vorstoßen oder auch zum Süden. Und dann kam es zu einem Ereignis, das Schockwellen durch die gesamte Christenheit erzeugt hat und selbst von Geschichtsschreibern im Fernen Italien und Spanien aufgeschrieben wurde. Im Jahr 614 haben die Perser Jerusalem erobert. Bei der Eroberung kam es zu Tausenden von Toten. Die Zahlen schwanken zwischen 17.000 und 60.000 wobei man auch die starke Neigung in antiken Quellen berücksichtigen muss, Zahlen maßlos zu übertreiben. Aber trotzdem dürfte die echte Zahl sehr beträchtlich gewesen sein. Und bei dieser Gelegenheit wurde auch das wahre Kreuz von den Persern geraubt und ins Persische Reich verbracht. Und zum wahren Kreuz im 6. Jahrhundert war die Legende aufgekommen, dass Helena, also die Mutter Kaiser Konstantins des Großen, auf einer Pilgerreise im Heiligen Land das Kreuz gefunden hat und dann an der Stelle des Fundortes die Grabes Kirche erbaut wurde. Und die wurde jetzt ebenfalls bei der Eroberung der Stadt zerstört. Was haben die Perser denn damit bezweckt, dass sie das wahre Kreuz stiehlen? Wahrscheinlich ist es ein unglaublicher Triumph. Und andererseits hatten sie ja auch Christen im eigenen Reich und dann konnten die dann vielleicht für die wahrscheinlich ist es so ähnlich wie wenn man eine römische Standarte erobert. Den Reichsadler ist wahrscheinlich ähnlich gewesen. Und natürlich wurden bei der Eroberung auch zahlreiche Bürger verschleppt. Das kennen wir ja schon von Antiochia, wo es auch schon zweimal passiert ist. Daraufhin hat sich Schabaras mit seinem Heer in Caesarea in Palästina einquartiert. Also in Palästina gab es ebenfalls ein Caesarea, das der Sitz der Verwaltung war. Also nicht Jerusalem. Nein, das ist ganz interessant. Also Jerusalem war zwar ideologisch, also für die Christen sehr wichtig, aber für den weltlichen Bereich war Caesarea maßgeblich. Das hat sich einfach historisch so entwickelt. Gebt dem Käse, was des Kesses ist. Bestes bei dem Mann. Stimmt. Und es war ja so, dass Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde bei einem jüdischen Aufstand. Und wahrscheinlich hat deswegen der Verwaltung sich woanders etabliert und ist auch dann dort geblieben. Hier in Caesarea setzte der persische General Scharbaras jetzt eine Marzbahn ein. Also einen persischen Stadthalter. Und das war neu. Denn das hieß, dass die Perser vorhatten zu bleiben und jetzt dieses Gebiet zum Teil ihres Reiches machen würden. Denn das hatten wir vorher nicht. Die haben zwar Antioche öfters erobert und geplündert und sind halt wieder irgendwann abgezogen. Während jetzt sagen sie, okay, es kriegt ja einen persischen Stadthalter. Und weil es natürlich nicht genügend Probleme gibt, kam es auch in dieser Situation zu vermehrten Plünderungszügen durch die Araber. Denn das alte Klientelsystem der Römer in Arabien war zusammengebrochen und die verschiedenen arabischen Gruppen haben jetzt gesehen, dass die Städte Palästinas schutzlos sind. Und dadurch ist es dann vermehrt zu Aktivitäten der Araber gekommen. Langfristig war das für die Perser natürlich auch nicht optimal. Denn wenn sie vor Ort bleiben wollten, konnten sie es natürlich nicht gebrauchen, dass jetzt ihre neue Provinz ständig geplündert wird. Also kam es zu Verhandlungen mit den Arabern, die sich aber einige Jahre hinzogen. Also für die Römer war die Lage jetzt kritisch. Denn das Reich war immer noch in zwei Teile gespalten und auf dem Balkan fingen jetzt die Erwaren an, sich wieder in Bewegung zu setzen. Einzig propagandistisch konnten die Römer jetzt die Eroberung Jerusalems natürlich nutzen, indem sie die Perser demonisiert haben und versuchen konnten, die Christen zu mobilisieren. Es schaut nicht gut aus. Überhaupt nicht. Also für uns schaut es natürlich schon gut aus, für die Perser. Jetzt sind wir zur Zeit auf der Seite der Perser. Natürlich sind die Perser sehr richtig. Ich war noch mal auf der Seite der Römer, das war bei den Hunden oder so. Ja, das ist irgendwie natürlich, dass man sich mit den Römern identifiziert. Ja, ich war eigentlich immer auf der Seite der Römer. Ja, Der persische General Schahen wurde jetzt mit einem Angriff im Norden beauftragt. Das war derselbe General, der schon Caesarea erobert hatte, also in Kappadokien. Er kam jetzt für die Römer überraschend aber nicht aus Armenien, von wo der Weg nach Westen eigentlich relativ unbeschwerlich gewesen wäre, Sondern er marschierte über Syrien, wo das Terrain dafür eigentlich ungünstiger war. Auch eroberte er keine Brückenköpfe, die man jetzt eigentlich für eine schrittweise Eroberung brauchen würde, sondern stattdessen marschierte er jetzt quer durch Anatolien hindurch und nutzte dabei die römischen Straßen, die ja eigentlich dafür gedacht waren, die römischen Truppen schnell nach Syrien zu bringen und jetzt nicht umgekehrt. Und Schahens Ziel war Konstantinope und das war sehr ungewöhnlich. Ja, denn es war klar, dass er nicht die Möglichkeit hatte, die Stadt wirklich ernsthaft zu bedrohen. Denn um die Stadt angreifen zu können, hätte er eine große Flotte gebraucht, um auf die andere Seite des Bosporus gelangen zu können. Eine Flotte hatte er aber nicht. Deshalb muss man davon ausgehen, dass er kein militärisches, sondern vor allem ein politisches Ziel dabei hatte. Es ging ihm wahrscheinlich darum, die Stadt politisch zu destabilisieren, indem man den Römern ihre eigene Schwäche vor Augen fühlt und ihnen Angst einjagt. Sowas untergräbt er die Position des Kaisers, weil er das Reich ja nicht schützen kann. Und dann konnte man hoffen, dass es zu Aktionen gegen ihn kommt. Es gab ja schon vorher einen Usurpationsversuch. Schahen hat sich deshalb jetzt in Chalkedon einquartiert. Chalkedon liegt direkt gegenüber von Konstantinopel auf der asiatischen Seite des Bosporus. Und um einen Eindruck davon zu geben, wie nah das an der Hauptstadt war, Chalkedon ist heute ein Stadtteil von Istanbul. Das heißt, man ist sozusagen in Kuschelnähe. doch vielleicht eine Schwerteslänge Abstand. Genau. Und jetzt kam es dann zu einem Treffen zwischen Herakleos und Schahen. Das war sehr ungewöhnlich, dass es der Kaiser selbst sich zu einem diplomatischen Treffen begibt. Vor allem wenn man bedenkt, wie die vorherigen diplomatischen Treffen abgelaufen sind. Genau. Also Herakleos wollte natürlich Friedensverhandlungen und es war eben das Problem, wie man das anstellt, weil ja, wie du gesagt hast, die vorherigen Gesandtschaften ein eher ungemütliches Ende genommen hat, also musste jetzt der Kaiser selbst ran, aber gleichzeitig muss natürlich für seine Sicherheit gesorgt sein. Natürlich. Man traf sich also auf einem Schiff. Dabei waren Schahen und Herakleos jeweils auf einem eigenen Schiff und trafen sich dann nahe am Ufer. Und bei diesen Verhandlungen scheint aber nichts herausgekommen zu sein. Schahen hat nämlich darauf verwiesen, dass er keine Autorität besitzt, um irgendwelche Entscheidungen zu fällen. Wie praktisch. Und jetzt immer dieses Ja, wir würden ja theoretisch, aber wir können ja gerade leider nicht. Aber es wurde Schahen ein Brief vom römischen Senat mitgegeben, der für Chosrau bestimmt war. Und dieser Brief war in unterwürfigster Sprache verfasst. Man schwieg über die Hinrichtung der römischen Gesandtschaft, wobei man eigentlich normalerweise natürlich über sowas protestieren müsste, und bat jetzt, Chosrau Herakleos als Kaiser anerkennt. Man ließ aber eine Tür für Theodosius offen und überließ es, Chosrau die endgültige Entscheidung zu treffen, wer der geeignete Kandidat ist. Man wies darauf hin, dass Maurikius jetzt gerecht war und Chosrau alles, was er wollte, auf dem Verhandlungsweg erreichen könnte. Dabei hat man auch klar gemacht, dass man zu großen Zugeständnissen bereit war. Man blieb zwar vage, aber es war klar, dass man den Persern wohl die eroberten Gebiete gelassen hätte. Schahen überbrachte dann den Brief an Chosrau, der hat aber nicht geantwortet. Weiß man, ob jetzt dieser Brief mit dem Wissen verforst worden ist, obwohl in dem Brief steht, dass man dem Chosrau die Entscheidung überlässt, wer Kaiser sein darf. Genau. Da sieht man die Verzweiflung. Genau. Das Problem ist ja, Heraklius wusste ja, dass seine Legitimität ein Problem darstellt, weil es mit Gewalt geholt hat. Und anscheinend war die Lage eben so schlecht, dass er bereit gewesen wäre, für den Frieden zurückzutreten tatsächlich. Und Chosrau war sich seiner Lage so sicher, dass er einfach nicht geantwortet hat. Genau. Jetzt kann man natürlich spekulieren, warum, aber wahrscheinlich hat er es nicht für nötig befunden zu verhandeln, denn die Position der Perser war ja so stark schon und es war ja auch nicht unrealistisch, dass auf dem Balkan auch die Awaren jetzt angreifen. Und es hätte ja immer noch möglicherweise interne Streitigkeiten geben können, Bellen Römern, mit anderen Worten, es war nicht unrealistisch, dass man die Römer nicht nur im Krieg besiegen, sondern auch endgültig vernichten konnte. Die Situation sollte sich für die Perser noch weiter verbessern. Über die nächsten Jahre des Krieges sind wir relativ schlecht unterrichtet. Also die Perser haben neben Syrien eben Palästina unter Kontrolle gebracht und waren jetzt wahrscheinlich damit beschäftigt, mit den verschiedenen arabischen Gruppen zu verhandeln, um diese Plünderungszüge zu beenden. Wie erfolgreich man dabei war, ist nicht ganz klar. Aber die nächste Nachricht aus dem Krieg stammt aus dem Jahr 619. Also da sieht man ein paar Jahre sind in den Sand gezogen. Und im Jahr 619 ist es den Persern unter dem General Schabaras gelungen, Ägypten zu erobern. Erst wurde Alexandria genommen und damit war dann de facto ganz Ägypten in persischer Hand. Denn wie in kaum einer anderen Provinz war die weltliche und kirchliche Gewalt auf die Hauptstadt dermaßen konzentriert wie in Ägypten. Die Perser haben sich also daran gemacht, ein Hauptquartier in Alexandria zu errichten und haben dann Truppen nach Süden geschickt, um jetzt auch den Rest der Provinz unter Kontrolle zu bringen. Es gab dabei kaum Widerstand, weil die römischen Städte keine Chance hatten, sich zu verteidigen und weil ja auch klar war, dass kein römisches Heer kommen konnte, um sie zu retten. Damit war die reichste Provinz des Reiches an die Perser gefallen. den Römern blieben jetzt nur noch ihre Balkan Besitzungen, die aber von den Avaren bedroht wurden, Kleinasien mit seinen reichen Städten am Westufer und die italienischen Besitzungen und Nordafrika. Nordafrika war reich und zusammen mit Italien auch außerhalb der Reichweite der Perser, also zumindest an Wermutstropfen. Auch hatten die Römer immer noch die Seeherrschaft im Mittelmeer Ende, wodurch es dann für die Perser unmöglich war, Konstantinopel direkt anzugreifen. Aber der Vorteil lag trotzdem eindeutig bei den Persern. Sie hatten Ägypten, Syrien und Phönizien erobert und Palästina, was die reichsten Provinzen des Ostens waren. Und jetzt haben sie ihre Vorbereitungen angefangen für eine Invasion Kleinasiens. Also was die Römer gerade noch rettet, kann man zu sagen, dass die Perser auf See weit unterliegen sind gegenüber den Römern. Perser sind keine See Macht. Zumindest nicht im Mittelmeer. Sie haben natürlich ihre Flotte im Persischen Golf und der Region und sie könnten wahrscheinlich jetzt anfangen eine Flotte zu bauen. Sie haben ja jetzt die Mittelmeerküste, aber sie haben sich nicht dazu entschieden. Das werden wir auch nächste Folge noch mal kurz behandeln. Die Perser befanden sich damit auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Man fragt sich jetzt, was man mit seiner eigenen Beute anstellt. Denn wie schon erwähnt, setzten die Perser jetzt eigene Stadthalter ein. Gegenüber den lokalen Eliten von den Aowat-Provinzen hat man eine freundliche Politik betrieben. Zwar wird an oberster Stelle der Verwaltung sicher ein persischer Beamter gesetzt worden sein, aber die Ebenen direkt darunter wurden wohl gleich gelassen. Das heißt, es waren immer noch die gleichen Familien, die vor Ort das Sagen hatten. Und es wurden auch keine Reformen umgesetzt, sondern möglichst viel wurde gleich gelassen. Offensichtlich war das Ziel eben auch keine Spannungen aufkommen zu lassen. Eines der Dinge, die sich aber geändert haben, war, dass die Geldströme jetzt ein bisschen anders flossen. Denn das, was normalerweise an die römische Zentrale gegangen wäre, ging jetzt natürlich an die Perser. Und dadurch sind die persischen Steuereinnahmen wahrscheinlich um mehr als 40% gestiegen. Und das zusätzliche Geld wurde jetzt natürlich in die Kriegswirtschaft gelenkt. Auch wurden die ehemals römischen Gebiete Teil des persischen Wirtschaftsraumes. Es lässt sich sogar eine Zunahme persischer Münzen in römischen Gebieten feststellen. Wobei man aber sagen muss, dass die römischen Münzen trotzdem noch dominant geblieben sind. Und in Alexandria findet sich eine interessante Münzprägung durch die Perser. was auch interessant ist, dass sie jetzt auf römischem Boden eigene Münzen prägen. Und zwar wurde jetzt auf der Rückseite der persischen Münzen in Ägypten ein Kreuz abgebildet. Das heißt, einerseits lehnte man sich an die sasanidische Tradition an, das man auf der Rückseite an Zeichen des Kultes prägte. Gleichzeitig passte man dies aber an die römischen Bedingungen an. Und überhaupt sollte dies den Christen wahrscheinlich signalisieren, dass man ihnen gegenüber tolerant sein würde. Das war wahrscheinlich keine schlechte Strategie. Und hier sieht man eben auch wieder, wie man mit Münzen politische Botschaften transportieren kann. Das heißt, die Besatzungspolitik lief unter dem Motto Toleranz gegenüber den Christen, die lokalen Eliten und die Verwaltung beibehalten und durch persische Beamte langsam die eroberten Gebiete in das Persische Reich integrieren. Dieser Integrationsprozess lief aber natürlich sehr langsam ab und beschränkte sich zumindest am Anfang nur auf das Nötigste, um Ressourcen aus den Gebieten für den Krieg zu extrahieren, ohne aber die Bevölkerung zusätzlich zu belasten. Okay, kommen wir also zu einem Zwischenergebnis. Bei den Römern hatte Foucaz seinen Vorgänger Marikios gestürzt, das hatte dann Chosau II. Anlass genommen, gegen die Römer loszuschlagen und moralisch legitimiert war er, weil es darum ging, seinen Retter Marikios zu rächen. Und politisch legitimieren konnte er sich über seinen eigenen Kandidaten Theodosios, den Sohn des Marikios. Und so kam es dann zum Krieg gegen die Römer. Foucaz wurde dann seinerseits gestürzt und neuer Kaiser wurde Heraklios. Den Persern gelang es jetzt, weit nach Westen fortzustoßen und Syrien, Phönizien und Palästina zu erobern und dadurch das Römische Reich zu spalten. Friedensersuche der Römer mit Angeboten einen Kaiser von Chosraus Gnaden zu erhalten, wurden ignoriert und eine vorherige Gesandtschaft des Foucares wurde hingerichtet. Und zuletzt gelang es jetzt den Persern dann auch noch Ägypten zu erobern und man fing an persische Stadthalter einzusetzen und machte klar, dass man gekommen war, um zu bleiben. Der Krieg war also zu einem Eroberungskrieg geworden und das Ziel war jetzt ein für allemal das Römische Reich auszulöschen und die Chancen standen nicht schlecht. Schwecke Minute. Und damit beenden wir die heutige Folge am Höhepunkt der persischen Macht. Nächste Folge sehen wir dann, wie die Ereignisse sich weiterentwickelt haben. Also dann, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder ein Trinkgeld und wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Krieg weitergegangen ist, dann hört doch nächste Folge wieder rein. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ob Marikius seine Entscheidung bereut hat? Ja. Ist der Donat zu übermintern? Ja, gute Frage. Stimmt. Aber nächste Folge wird es noch dramatischer. Okay, dann bin ich schon gespannt. Aber du hast das schon angezahlt, das war jetzt der Höhepunkt. des persischen Erfolges. Genau, es wird dann noch eine dramatische Spitze geben, mit der Belagerung von Konstantinopel von zwei Seiten. Also die Perser erobern praktisch dann Kleinasien und die Erwaren kommen dann vom Norden und es wird sehr brenzlig. Na gut. Okay.